Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Forever Stranded 2 mit Balooie und Katze. Ich bin Balooie. Und ich so unfähig meine Musik anzumachen, yeah. Willst du noch eine Mango? Hier ist noch eine Mango. Oh, eine Mango, cool. Wollten wir nicht Zeug aufmachen? Ja, wir wollen Mangos pflücken. Ich weiß, wir sind hier hingegangen, um Mangos zu pflücken. Nein. Hattest du jetzt den Energetic Infuser gebaut? Hattest du, gell? Genau. Ich habe auch noch die Kisten dabei. Genau. Da gab es ein Problem mit dem Öffnen, weil ich nicht wusste, wie man es nicht richtig öffnet. Komm, wir haben hier, wir öffnen jetzt einfach so. Okay. Genau, ich wollte nämlich den Crystal Growth Accelerator Chamber bauen, theoretisch. Hatte Kabel gebaut, ich hatte Quarzglas gebaut und ich brauche noch Constained Ingot. So, Meri. Wir haben jetzt einen Induction Smelter. Hier, du hast einen, bitteschön. Okay. Öffne ihn. Ja, wir haben einen Induction Smelter. Warte. Warum muss ich den drauf machen? Korbara. Äh, weil ich dich lieb habe. Wow, ein Verzaubungstisch. Juhu. Ich bin. Ach, ihr habt ja die Blöcke, die ihr aufmacht, ne? Ein Ofen. Einen Useless Generator. Da steht sogar dran. Bin ich auch ein. Hier, bitteschön. Bei mir kommt jetzt was fürchterliches. Hallo. Das war ja fürchterlich. Ist ja gar nicht gekommen. Ah, schrecklich sowas. Das war fies. Ich stand da. Ein Diamantblock. Oh, ich habe aber nicht besonders viel Quarzglas. Guck mal, ob das Fake Diamant ist. Da steht Block auf Diamant. Okay, dann ist es richtiger Diamant. Du brauchst sechs Stück, oder? So, sechs Stück. Sechs Stück brauchen wir davon. Ja, ne, die reichen noch nicht. Jetzt was fürchterliches auch, Mann. Doch, die Kabel reichen noch nicht. Ja, wir müssen das noch allgemein schauen, wie viel wir davon brauchen und kriegen. Manchmal ist da was drauf. Ich weiß noch nicht, ob unser Jetpack reicht. Wie viel Prozent hast du noch? Wo sehe ich das? Unten rechts in der Ecke. 55. Wir probieren es. Nein. Ich probiere es. Komm, hit, los. Drei, zwei. Wie viel hast du noch? Wie viel Prozent? 60. Toll. Komm, los. Einfach beobachten, wie schnell es runter geht. Und? Geht doch. Ist doch gar nicht so schnell. Ich bin jetzt schon bei 50 Prozent. Ja, wir haben doch das. Nach Hause ist doch das Portal so um die Ecke. Da ist nichts drauf. Auch hier haben wir noch welche drin. Super. Ähm. Okay, okay. Da fällt man durch. Ich weiß nicht, wo es Portal ist, ehrlich gesagt. Ich bin wieder ganz unten. Ja, komm, wir haben weiter. Ich kann sogar fast hinlaufen zum Portal. So nah ist das. Okay. Miri, man setzt immer Waypoints am Portal, in die man reingeht. Komm, wir haben einen Stein gefunden. Möchtest du einen Stein? Hä? Ich habe pink, glowstone dust. Was hast du gekriegt? Adit or. Nice. Adit. Hä? Wieso? Adit. Aber wieso haben wir... Okay. Kann ich den in meinen Garten pflanzen? Was Adit? Adit? Nein. Adit kriegt Katze. Aber es ist nur dust. Ja. Hier, dieses Stockteils. Die droppen die ganze Zeit. Oh, es wird dunkel. Wir sollten gehen. Wir sollten gehen. Komm. Wenn du diese Steinklötze siehst, die auf den normalen Steinen liegen, so. Da sind anscheinend Materialien drin. Ja, ich weiß nicht. Ich habe vorhin schon einen aufgemacht. Da war da ein Redstone drin. Haben wir denn keinen Sand? Da ist der Sand. Okay. Nein, kann ich ja sammeln. Miri, fies. Ne, sammel das ein. Gehen wir schnell nach Hause. Ja, komm. Da. Sandorino, Sandorino, Sandorino. Da ist es brutal. Nickel or Dust. Wir haben einen Crusher, den du betreibst. Tschüss. Bis morgen. Lappenmodus. Tschüss. Ähm, können wir wirklich nirgendwo bebrennen gerade? Haben wir keinen Ofen oder sowas? Doch, wir haben oben noch Ofen. Mal gucken, wer gefordert wird. Derjenige, der mittig steht. Wir haben ja Kollision. Peace. Wurde ich gefordert und du nicht. Ja, jetzt aber dann in einem Mango. Wie sich das gehört, Miri. Wie sich das gehört. Das ist nicht fair. Ich glaube, Miri was Besseres wäre. Hä? Hä, ist er doch? Nein. Doch. Wir sind wieder zu Hause. Er lebt doch hier. Ich bin gerade dran. Du blöder, blöder, böser, gemeiner, flauli. Hans, das ist eigentlich nett von dir, dass du mich hauen musstest. Nicht fresse haben, hauen lassen. Hey. Du bist ein böser Katze. Nein, ich bin fein. Du musst noch deinen Jetpack wieder aufladen. Denk dran, Miri. Das stimmt ja. Wir haben ja Jetpacks. Voll leer. Wir haben ja jetzt Checkpicks. Sehr gut, sehr gut. Wir haben ein Enchantment Table besorgt, was so toll ist. Ein Enchantment Table. Das war voll wichtig. Und ein Useless Generator aus Extra Utilities. Das ist noch viel wichtiger. Hä, der Useless Generator? Das ist der Pink Generator, du Baum. Nein, der steht Useless Generator. Guck. Er ist der Pink Generator. Guck drauf. Ja, aber hier steht Useless dran. Ja, jetzt nicht mehr. Du hast ihn gesetzt. Kann ich da reintun? Ja, pinkes Zeug. Alles, was pink ist, erzeugt hier durch Strom. Oh, das ist voll dumm. Ist das extra, damit ein pinkes Zeug los wird, oder was? Alle, wir hatten Pink. Lass uns einen Generator mal haben, wo man pinkes Zeug verbrennt. Fies. Das kann ich mir nicht erklären, warum man so einen Generator erfunden hat. Ich versuche es immer wieder zu verstehen, aber ich tue es nicht. Eine sehr gute Frage. Warum hat man so einen Generator erfunden? Wer hat es erfunden? Silikon. Ach stimmt ja, ich brauche noch mehr Quarzglas dafür. Wie viel kann ich denn jetzt gerade davon craften? Vier. Bei vier. Okay. So, ich brauche jetzt noch Kabel wieder. Das Quarzglas dafür dürfte reichen. Dafür bräuchte ich jetzt nur noch Zertusquartz, der Kleinert. Leute haben mich angemault, dass ich irgendwas mit dem Hemphiber falsch mache. Ja klar machst du irgendwas mit der Hemphiber falsch. Warum? Du bist ja auch ein Lappen. Hä? Was erwartest du denn, dass du nichts falsch machst mit der Hemphiber oder was? Ja natürlich. Ich bin Profi. Du bist Profi? Okay. Vor allen Dingen bei Louis. Dementsprechend sind ab sofort Profis nicht mehr in der eigentlichen Definition zu Hause. Ja, ne? Hallo. Profi bedeutet heutzutage also dementsprechend maßlos unterqualifiziert. Oh, wie lange das Aufladen des Jetpacks dauert, Alter. Das geht ja schnell. Oh, First World Problems. It's so hard to be me. Das ist es wirklich. Hi. Ja, das bin ich. Ardite. Danke. Leg ich hier rein? Da ist es gut aufgerufen. Oh, ich hab Hunger. Ich sollte was heißen? Apple-Jews. 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 Bald bist du ein... Oh, bald sagst du schon. Seit zwei... Ach, seit zwei. Alle Folgen zusammen sind zwei Jahre. Wir nehmen selber einmal in der Woche auf. Okay? Zwei Jahre. Hey, ich hab rausgefunden, dass unser Ofen hier die Fähigkeit hat, unsere komplette Stromversorgung leer zu saugen. Das ist nicht cool? Hört sich gut an. Was ist denn das für ein Furnance? Ey, den hab ich schon seit einer halben Ewigkeit. Der ist ein Triple-Burn-Furnance, der Essenz währenddessen macht, während man brennt. Aber den hast du hier noch nie hingestellt. Ne, der war immer oben. Ah. Ah. Toll. Find ich auch. Find den super. Denke, dann... Ich denk nicht, nee, ich denk nicht, dass du denkst. Dann muss ich noch mal gucken, wie das mit Scheiß Fiber geht. Das Ding hier heißt doch einfach nur Furnance. Davon krieg ich eigentlich raus. Ich krieg nur eins raus, aber ich bekomme daraus vier. Okay. Könnte trotzdem super knapp werden. Aber das Industrial Hemp Fiber kann man nicht herstellen. Aus Immersive Engineering. Was? Immersive Engineering? Industrial Hemp? Die funktioniert auch? Ja, aber die kann ich nicht bauen. Hemp Seeds Anpflanze ist eine ganz normale Pflanze. Aber ich muss ja Fiber daraus machen. Das ist, das Drop die Fiber. Nein. Doch, klar. Nein. Warte, dann heißt es einfach Hemp Seed? Ja, Hemp Seed. Dann hau ich mich ehrlich. Wenn das so ist, dann hau ich mich ganz fest. Das hört sich nach einer guten Idee an. Dann dreh ich am Radweg. Ich hab auch das Gefühl. Miri hat so ein Feld. Oh nein, jetzt hat Miri da Müll hingeworfen. Hat so ein Hake? Hat du mehr als eine Hake? Was soll denn das jetzt? Nee, ich hab keine mehr. Hat so eine Gießkanne? Fass hat eine Gießkanne. Da noch. Was ist das für Unkraut? Das ist nicht Unkraut, das ist Hemp. Hier noch. Hast du auch Wasser? Ja. Hier noch. Hier noch. Ups. Hier noch. Okay. Hier noch. Nichts ist mit dem passiert, das mal hier war. Wo ist die Gießkanne? Katze, ich brauch Wasser. Gießkanne meine ich. Nichts ist mit dem passiert. Was hast du gemacht? Das war gar nichts. Da war gar nichts, bevor du das zweite Mal gepflanzt hast. Sprache Iron. Hast du Iron im Moment gerade? Äh, ja, nur wenn du mir ne Gießkanne gibst. Ja, geb ich dir. Geht das so Iron? Danke. Gießkanne, 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 g was muss man in welchem bereich muss man aber so viel haben um die zu verwenden du musst es 72 level haben in gathering farming in farming und magic und so weiter und das kriegst du nicht erreicht kriegst du nicht erreicht wenn du die ganze aufnahme session durchs gilt das mir egal ich habe eine gute nachricht leute irgendwo hier brennt das ist der nether ich rede bei mir im real life hier brennt irgendwo nicht in deiner wohnung oder das würde ich wohl merken aber ich krieg hier auch mit also nicht grillrauch sondern rauch hoch wo der gießkanne hin wie miri warum denkst du immer zuerst ich bin das miri weil du es bist in dem fall doch ich habe sie nicht wenn nicht hast du meine gießkanne verloren ich habe keine gießkanne gießkanne oder die selber da ist dann wieder nähe danke gießen nein nein selber gießen ein mensch blau die wärst du nur die gießla ja wie würde ich nicht schalz gießkanne auch gar nicht du voll idiot wasser tank ach du scheiße die verbraucht ja fast den ganzen wasser tank ja ich hoffe nicht dass du den genommen hast du das feld bewässert da habe ich probiert hat nicht funktioniert er hat seinen glückwunsch damit hättest das feld zerstört du bist ein monster kapazitäts menschen also ein richtiger schlau bus warte sein schlau bus ein bus in den du nur rein darfst weil du die mitfahrt gewonnen hast aber die droppen halt auch nur dieses scheiß hemd den man wieder umwandern muss aber es ist eine einfachere variante den zu bekommen dann probiere ich jetzt nur was nein das wird nicht fies das ist scheiße okay die kiste hier ist ab sofort gesperrt das ist mir doch egal du hörst ja auch nicht an meine sachen weg ist gesperrt da steht etwas drauf warum das ist nicht das system etwas anderes gebaut auf die augenklappe hauen ich freue mich also die leute haben schon bei mir in die kommentare geschrieben so habt ihr denn gar keine im edel ich weiß nicht ob ich das noch sagen muss aber alles ist katzes schuld so ist nämlich auch und deswegen denke ich dass mir jetzt abmodulieren kann weil katze schuld ist doch nö du ist alles gut wir kennen uns recht gut nur na gut dann würde ich sagen wenn euch die folge gefallen hat schreibt gerne bei bei louis oder katze vorbei und ansonsten macht es gut und kommt morgen wieder und feurio die kreis